So, jetzt geht's endlich los durch das Nationalparktor ins Massiv des Mond Kenia. So, ein kleiner Rast zwischendurch, ein kleines Bambuswäldchen. Jetzt sind wir ungefähr auf 9000 feet und so schlecht war ich im Rechnen gar nicht. Es müssten ungefähr 3000 Meter sein. Boah Mensch, Trockenbrot, Salami aber exzellenten Tee. Links von der Bildmitte ein Reh, wir sind unterwegs mit zwei Trägern und einem Führer.